Anouk, Schlafenzeit, mein Schatz. Hast du schon deinen Schlafanzug an? Anouk rollt die Augen, während sie den Löffel aus der Schublade holt, um Affi zu füttern. Er sieht auch sehr hungrig aus, wie er da vor dem Teller sitzt. Nein, ich bin doch noch gar nicht fertig. Außerdem muss Affi jetzt essen, sonst wird die Suppe kalt. Mama streckt den Kopf durch die Tür. Na gut, noch fünf Minuten, aber dann gehst du Zähneputzen. Zähneputzen. Ach Affi, wieso müssen uns Mama und Papa jetzt beim Spielen stören? Und warum muss ich überhaupt so früh ins Bett? Sie bleiben doch auch lange wach, obwohl sie morgens noch viel früher aufstehen müssen als ich. Was machen sie denn immer so lange? Bestimmt essen sie Süßigkeiten. Oder schauen sich Zeichentrickserien an. Oder beides. Weißt du was, Affi? Das ist total ungerecht. Der dunkelbraune Affe schaut Anouk verständnisvoll an. Er lässt sich aber auch durch nichts aus der Ruhe bringen. Los jetzt, Anouk. Ab ins Bett mit dir. Ja, ich mach ja schon. Manchmal sind Eltern wirklich ganz schön anstrengend. Aber weißt du, Affi, ich hab sie trotzdem lieb. Naja, dann zieh ich mir jetzt lieber mal meinen Schlafanzug an. Streit mit Mama will ich nun wirklich nicht. Später, als Mama und Papa sie zudecken, startet Anouk noch einen Versuch. Warum muss ich denn immer so früh ins Bett? Ich bin doch noch gar nicht müde. Und Affi auch nicht. Mama streichelt ihr über den Kopf. Das habe ich dir doch schon so oft erklärt, mein Schatz. Kinder brauchen viel Schlaf, damit sie wachsen und wichtige Dinge lernen können. Alles, was du tagsüber erlebst, bringt sich im Schlaf in deinem Kopf ein. Aber ich weiß doch schon ganz viel. Und ich bin wirklich kein bisschen müde. Mama gibt dir einen Kuss auf die Stirn. Du wirst schon sehen, kaum ist das Licht aus, wirst du ganz schnell einschlafen. Gute Nacht, mein Schatz. Auch Papa gibt Anouk einen guten Nachtkuss. Ich wünsche, ich könnte auch mal zu viel ins Bett gehen. Das versteht Anouk jetzt überhaupt nicht. Und während sie noch darüber nachdenkt, warum Papa nicht auch gleich schlafen geht, fallen ihr die Augen zu. Kurze Zeit später wird Anouk wieder wach. Durch den Spalt unter ihrer Zimmertür scheint helles Licht. Komisch. Mama und Papa machen doch immer das Licht aus, wenn sie schlafen gehen. Affi, sollen wir aufstehen und nachsehen? Das Licht wirkt irgendwie anders als sonst. Viel heller und fast ein bisschen unheimlich. Anouk drückt Affi noch enger an sich und zieht sich die Decke bis über die Ohren. Aber einfach weiterschlafen kann sie nicht, dafür ist sie viel zu neugierig. Wenn ihre Eltern jetzt noch wach sind, muss der Film wohl besonders spannend sein. Oder ist vielleicht Besuch gekommen? Oma und Opa? Sie muss es wissen. Entschlossen nimmt Anouk Affi an die Hand und geht zur Tür. Inzwischen ist sie hellwach. Sie legt sich flach auf den Bauch und prüft, ob sie vielleicht unter der Tür durchschauen kann. Siehst du was? fragt sie leise. Affi schweigt. Na gut, dann müssen wir wohl doch nachsehen. Mutig öffnet Anouk die Tür. Es ist taghell und tatsächlich ist es gar nicht der Flur, den sie betritt. Sie steht auf einer großen Wiese. Überall sind Zelte aus Stoff mit bunten Zeichen, die Anouk nicht deuten kann. Dazwischen lauter Menschen mit Bemalungen im Gesicht, manche mit Federn auf dem Kopf. Anouk ist so begeistert, dass sie gar nicht erst überlegt, wie sie hierher gekommen ist. Stattdessen sieht sie sich überall um. An so einem Ort war sie noch nie. Ein normaler Campingplatz ist das jedenfalls nicht, da sehen die Zelte ganz anders aus. Diese hier sind hoch und spitz, fast wie umgedrehte Schultüten, nur größer natürlich. Nur wenige Schritte von ihr entfernt sitzt ein Junge auf einem Stein. Anouk bemerkt, dass er sie anschaut und lächelt ihn an. Der Junge sieht schnell weg, rührt sich aber nicht von der Stelle. Anouk geht auf ihn zu. Du hast da was im Gesicht, sagt sie anstelle einer Begrüßung. Der Junge schaut sie fragend an. Wieso? Was denn? Rote Streifen. Hast du Tomatensauce gegessen? Nein, die habe ich mir aufgemalt. Das ist unser Stammeszeichen. Was ist dein Stammeszeichen? Na, es zeigt, zu welchem Stamm man gehört, erklärt der Junge und fragt. Zu welchem Stamm gehörst du denn? Anouk überlegt. Ich weiß nicht. Meinst du die Stadt, aus der ich komme? Nein, deine Familie. Aber fürs Erste kannst du mir auch einfach nur deinen Namen sagen. Ich bin Anouk, erwidert sie. Und du? Mein Name ist Kenai. Kenai? Den Namen habe ich noch nie gehört. Übersetzt heißt das Schwarzer Bär, erklärt Kenai. Kenai. In der Ferne ertönt ein lauter Knall. Kenai zuckt zusammen. Ist der Bär heute etwas ängstlich? Fragt Anouk lachend. Jetzt fängst du auch noch damit an. Kenai lässt die Schultern sinken. Was meinst du? Das war doch nur ein Spaß. Die Kinder aus dem Dorf sagen, kleine Maus wäre der richtige Name für mich. Sie lachen, weil ich keinen Mut habe und nicht so bin wie sie. Anouk legt die Stirnenfalten. Meine Mama sagt, wer über andere lacht, ist oft selber nur unsicher. Kenai gelingt ein kleines Lächeln. Jeder kann mutig sein, fährt Anouk fort. Man braucht nur einen Freund, der an einen glaubt. In unserem Wohnzimmer zum Beispiel hängt ein Bild. Es sieht aus, als wäre ein Eimer Farbe umgefallen, aber alle kaufen solche Bilder. Bestimmt hatte der Künstler auch einen Freund, der an ihn geglaubt hat. Und jetzt ist er berühmt. Ich glaube an dich. Und deshalb suchen wir jetzt gemeinsam nach deinem Mut. Das lässt sich Kenai nicht zweimal sagen. Sichtlich erfreut, nimmt er Anouk an die Hand. Komm mit, ich will dir etwas zeigen. Gemeinsam gehen die Kinder durchs Dorf. Da drüben ist unser Tippie, sagt Kenai und zeigt auf eines der Zelte. Was ist ein Tippie? fragt Anouk. Kenai schaut sie verwundert an. Sag mal, von welchem Planeten kommst du denn? Ein Tippie ist ein Indianerzelt. Es ist sehr gemütlich und hat Platz für eine ganze Familie. Mein Papa hat es selbst gebaut und gemeinsam mit Mama bemalt. Anouk ist beeindruckt. Am liebsten würde sie so ein Tippie mal von innen sehen, aber dazu haben sie jetzt wohl keine Zeit, denn schon zieht Kenai an ihrer Hand. Los, komm, wir müssen weiter, drängelt er. Als nächstes führt sie der Weg über den Fluss, genauer gesagt über eine ziemlich wackelige Hängebrücke. Zwischen den Brettern sind kleine Spalte, durch die das Licht fällt. Anouk wagt einen Blick nach unten. Der reißende Fluss sieht von hier oben ganz schön winzig aus. Wie kann jemand, der nicht mutig ist, über eine so hohe Brücke gehen? fragt sie Kenai und drückt fest seine Hand. Auf der anderen Seite geht es weiter durch eine Felslandschaft. Ein Pfad ist längst nicht mehr zu erkennen. Überall liegen Steine in unterschiedlichen Größen. Die Kinder suchen sich ihren eigenen Weg, indem sie von einem Stein auf den nächsten springen. Immer wieder ist Gestrüpp im Weg, es ist der reinste Slalomlauf. Autsch! ruft Anouk, als sie an einem dornigen Zweig hängen bleibt. So ein Mist. Jetzt hat auch noch ihr Lieblingsschlafanzug ein Loch. Das wird Mama gar nicht toll finden. Anouk läuft weiter und konzentriert sich jetzt noch besser auf den Boden unter ihren Füßen. So sehr, dass sie gar nicht bemerkt, dass Kenai stehen geblieben ist. Ungebremst rumpelt sie gegen seinen Rücken. Hoppla! Entschuldigung! kichert sie. Kenai antwortet ihr gar nicht und verkündet stattdessen, wir sind da. Hier? fragt Anouk. Aber hier ist doch gar nichts, nur Steine und ein paar Bäume. Genau, antwortet Kenai und bückt sich hinunter zu den Wurzeln eines riesigen Baumes. Er schiebt jede Menge Laub zur Seite und sucht nach etwas, das er offenbar versteckt hat. Da ist es, ruft er und holt ein Ei hervor. So ein großes Ei hat Anouk noch nie gesehen. Was muss das für ein Huhn sein, das solche Eier legt? Das ist ein Adler-Ei, sagt Kenai. Es ist vom Baum gefallen und zum Glück nicht zerbrochen. Es muss unbedingt in seinen Horst zurück, damit seine Mutter es ausbrüten kann. Horst? Wer ist das? fragt Anouk. Kenai lacht. Das Nest des Adlers auf dem Baum, man nennt es Adlerhorst. Anouk sieht am Baum hoch, dessen Krone in den Wolken verschwindet. Es muss da rauf? fragt sie ein wenig erschrocken. Ja, erwidert Kenai. Und zwar schnell. Die Jungs aus dem Dorf haben sich zum Stammesältesten aufgemacht, um ihn zu Hilfe zu holen. Und wieso holen die ausgerechnet den Ältesten von euch? wundert sich Anouk. Für den ist es doch bestimmt ganz schön anstrengend, über diese ganzen Steine zu hüpfen. Also, mein Opa würde sowas nicht gerne machen. Der Stammesälteste ist nicht nur alt, erklärt Kenai. Er ist vor allem sehr klug und wir hoffen, dass er weiß, was zu tun ist. Ich hab jedenfalls keine Idee. Du vielleicht? Hey! Hallo! 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 Nachdem alle zusammen ausgiebig gefeiert haben und es schon spät wird, bringt Oma, Anouk und Affi ins Bett. Schlaf gut, Anouk. Und falls du heute Nacht was erlebst, dann ruf mich morgen an und erzähl's mir. Okay? Das mach ich auf jeden Fall. Und vergiss nicht, es ist so wichtig, dass man zulässt, an etwas zu glauben. Anouk schließt die Augen und schläft schnell ein. Wenig später wird sie wieder wach und wieder fällt ein helles Licht durch den Türspalt. Oma und Opa sind nach Hause gefahren. Oma und Opa sind nach Hause gefahren und sie ist sich sicher, dass Mama und Papa auch schon schlafen und keinen Film mehr gucken. Affi! Affi! Meinst du, es geht wieder los? Der braune Affe sieht sie mit seinen Knopfaugen erwartungsvoll an. Sie nimmt ihn an die Hand und schleicht auf Zehenspitzen Richtung Tür. Sie fasst all ihren Mut zusammen, atmet tief ein und öffnet die Tür. Plötzlich wird Anouk von einem hellen Licht umgeben. Sie muss blinzeln. Sie spürt, dass es etwas kühler wird. Der Raum wirkt auf einmal viel, viel größer als vorher. Und von der Decke hängen bunte LED-Lichter. Wow! Was für eine große Halle! So viele Zuschauerplätze! Anouk steht auf einer Fläche, die so groß ist wie der Spielplatz im Dorf. Um sie herum sind Gitarren, Keyboards und ein Schlagzeug mit ganz vielen Trommeln. Das alles kommt ihr irgendwie bekannt vor. Weißt du auch schon, wo Anouk ist? Richtig, sie steht auf einer Bühne. Sie mag Musik. Vor allem die Rockmusik von Papa. Schmunzelnd denkt sie daran, wie sie neulich mit Papa zu Hause gesungen hat. Keine zehn Minuten ging das gut. Dann hat die ältere Dame von nebenan wieder geklingelt. Also, das ist ja so gar nicht meine Musik, hat sie geschimpft. Anouk fand das lustig. Und Papa wahrscheinlich auch, obwohl er das nicht zugegeben hat. Vor dem Einschlafen sagt Anouk noch zu Affi. Deine Schlagzeugeinlage war heute nicht gerade toll. Du musst aufpassen, dass ich dich nicht aus der Band werfe, wenn du nicht übst. Aber ich hab dich trotzdem lieb. Gute Nacht. Beide kuscheln sich eng zusammen. Dann fallen ihnen die Augen zu. Kurz darauf bemerkt Anouk das Licht unter der Zimmertür und weckt Affi. Los, komm! Es ist soweit! Gespannt stehen sie auf und öffnen die Tür. Hier ist es vielleicht warm. Anouk krempelt die Ärmel ihres Schlafanzugs hoch. Überall Sand und Palmen. Und in einiger Entfernung entdeckt Anouk sogar drei Kamele. Aber was sind das für riesengroße, dreieckige Gebäude ohne Fenster? Solche hat sie in echt noch nie gesehen. Nur einmal auf einem Plakat im Reisebüro. Schau mal, Affi! Dort drüben ist ein Fluss, freut sich Anouk. Da können wir unsere Füße reinhalten, um uns abzukühlen. Plötzlich bemerkt sie einen kleinen Jungen, der am Flussufer Schlamm in zwei große Gefäße füllt. Die Gefäße sehen ganz schön schwer aus. Viel zu schwer für ein Kind allein. Anouk geht auf den Jungen zu. Hallo, ich bin Anouk. Soll ich dir ein bisschen helfen? Der Junge schaut sie schüchtern an. Das ist aber nett von dir, antwortet er. Ich habe dich noch nie hier gesehen. Anouk lächelt ihn freundlich an. Du sprichst ja cool. Ist das eine Art Sprechgesang? Das würde ich auch gerne können. Wie heißt du denn? Nein, fragt sie, während sie ihm eines der Gefäße abnimmt. Der Junge runzelt verwirrt die Stirn. Ich stottere. Das ist eine Sprechstörung. Glaub mir, das willst du nicht können. Es bereitet mir oft Schwierigkeiten. Schwierigkeiten? Wieso das denn? Wundert sich Anouk. Na gut, man braucht ein bisschen länger, bis der Satz fertig ist. Ist vielleicht nicht so gut, wenn man es mal eilig hat. Aber ich bleibe dabei. Das hört sich echt cool an. Das Gefäß in Anouks Hand wird langsam ganz schön schwer. Wo müssen die Dinger denn überhaupt hin? Fragt sie. Und deinen Namen hast du mir auch noch nicht verraten. Ich bin Aaron und muss den Schlamm schnell zurück ins Dorf bringen. Danke für deine Hilfe. Die Kinder laufen auf Aarons Dorf zu. Eine Siedlung aus lauter kleinen Lehmhäusern. Die meisten davon sehen ziemlich verfallen aus. Viele haben Löcher in den Dächern. Meine Eltern mussten letztes Jahr auch renovieren, berichtet Anouk. Habt ihr sicher auch schon darüber nachgedacht, oder? Aaron erklärt Anouk, dass sein Papa den Schlamm benutzt, um neue Dachziegel zu brennen. Zum Glück regnet es in Ägypten nicht so oft, meint er grinsend. Aber unser Dach schützt uns vor Sandstürmen und zu viel Sonne. Anouk kann es kaum glauben. Sie ist tatsächlich in Ägypten gelandet. Kurz denkt sie darüber nach, ob man aus dem See bei ihnen zu Hause vielleicht auch Schlamm für Ziegel holen könnte. Das würde Papa bestimmt freuen. Aaron und Anouk kommen an einer Gruppe spielender Kinder vorbei. Sag bloß, Aaron hat eine Freundin, ruft ein größerer Junge mit dunklen Locken und lacht. Aber sein Lachen klingt gar nicht nett. Lange wird sie bestimmt nicht bei dir bleiben. Du brauchst ja mindestens bis zum Abendessen, um ihr zu sagen, was du spielen willst. Stotter, Aaron! Aaron antwortet nichts. Stumm starrt er auf den Boden und geht einfach weiter. Anouk würde dem Jungen am liebsten böse antworten, Doch dann denkt sie an ihre Oma, die immer sagt, Wer wütend ist, darf das auch sein. Doch niemals lass die Wut allein. Sie sagt sonst Sachen, die Schmerzen machen. Drum atmet dreimal aus und ein. Und genau das macht Anouk. Sie atmet dreimal tief aus und ein und ruft den Kindern ein extra freundliches Hallo zu. Aarons Freude ist nicht zu übersehen. Er ist stolz, dass Anouk bei ihm ist. Plötzlich bleibt Anouk stehen. Ein Stück weit entfernt entdeckt sie schon wieder so ein seltsames, dreieckiges Riesengebäude. Was ist das? fragt sie Aaron. Sieht aus wie ein Dach. Eine Pyramide. Das hab ich schon mal gehört, meint Anouk. Wohnen da Leute drin? Die hätten ja ziemlich viel Platz. Meine ganze Schule würde da reinpassen. Aber sicher ungemütlich, so ganz ohne Fenster? Aaron lacht. Eine Pyramide ist die Grabstätte eines Pharaos. Was ist ein Pharao? erkundigt sich Anouk. Aaron ist verwundert. Ein Pharao? Das weißt du nicht? Man könnte auch Herrscher sagen. Ach so. Anouk zuckt mit den Schultern. Bei uns heißt das einfach König. So ein großes Grab ist wirklich nur für eine Person? Meistens jedenfalls. Antwortet Aaron und erklärt weiter, dass eine Pyramide aus vielen Gängen und Kammern besteht. Dem Pharao wurden Schmuck, aber auch Waffen und Lebensmittel mit ins Grab gelegt, für sein Leben nach dem Tod. Anouk nickt. Ich glaube auch, dass mein Opa Tati vom Himmel auf mich herunterschaut. Manchmal erzähle ich ihm, wie mein Tag so lief. Gemeinsam sehen die Kinder zum Himmel hoch und winken Opa Tati. Und die kleine Pyramide neben der großen? Wofür ist die? Fragt Anouk dann. Fragt Anouk. Fragt Anouk.